Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem vierten Social Media A-Termin. Nach dem Blick auf die geschichtliche Entwicklung, Definition von Social Media und in der letzten Woche einer genaueren Betrachtung des Themas Traffic Channels bzw. auch Content Distribution, so wie funktioniert die Verteilung, welche Traffic Kanäle gibt es, welche Rolle spielt Social Media da auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch wie schaut sie in der internen Struktur hier aus mit der organischen und der bezahlten Verbreitung. Das sind sozusagen die Grundlagen, wenn Sie so wollen, die technischen oder strukturellen Grundlagen natürlich auch für die Planung von Social Media Kommunikationsmaßnahmen. Ob es dabei jetzt um die organischen Postings eines Unternehmens, einer Person, einer Influencerin geht oder um bezahlte Kampagnen, in beiden Fällen spielt natürlich die Botschaft eine beträchtliche Rolle. Sie haben ja auf Social Media, wenn Sie selber beispielsweise Kampagnen managen, wenn Sie selber Werbekampagnen anlegen, können Sie relativ detailliert, die Möglichkeiten sind, je nach Netzwerk unterschiedlich einstellen, wen Sie erreichen möchten. Sogenannte Targeting, das heißt die Parameter Ihrer Zielgruppe, da gehören klassische demografische Daten wie Alter, Geschlecht genauso dazu wie eben auch im Fall von Facebook beispielsweise recht feingliedriges Interessensprofil. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache sind natürlich die Werbesuchees. Das heißt, wenn Sie dort Kampagnen schalten, dann zeigen Sie in den meisten Fällen im Newsfeed auf Facebook oder Instagram oder wo auch immer eben ein Bild oder einen Werbeclip an. Das heißt, der und in vielen Fällen ist es dann, endet die Kampagne natürlich nicht mit dem Kontakt oder mit der Anzeige dieses Bildes, sondern Sie möchten die Nutzerin beziehungsweise den Nutzer dann auch noch bewegen, etwas zu tun, abstrakt ausgedrückt. Das kann sich um einen Download handeln, um die Registrierung für einen Newsletter. Diese Aktivität, diese gewünschte Aktivität am Ende bezeichnet man als CTA oder Call to Action. Und wenn man jetzt, und wir werden das im Laufe des Semesters auch noch wesentlich genauer tun, wenn man jetzt die, ich sage mal, die Qualität einer Kampagne beurteilen möchte oder die Wirkung, dann spielt natürlich eine große Rolle, wem ich das betreffende CTA anzeige. Wenn ich jetzt Schweißgeräte, Lichtbogenschweißgeräte bewerben möchte und ich verkaufen möchte und ich zeige die zwölfjährigen Manga-Fans an, wird der erfolgreich wahrscheinlich bescheiden sein. Das heißt, dieses Targeting muss übereinstimmen. Dann muss natürlich, und da geht es um das Auffallen in erster Linie mal und das rausstechen aus der Flut an Informationen im Newsfeed, dann geht es natürlich um das Suchee. Hier arbeitet man vielfach mit Split-Testing. Das heißt, wenn Sie ein bestimmtes Produkt, ein Service, ein Thema, beispielsweise eine Unterschriftenkampagne oder was auch immer bewerben wollen, dann werden Sie im Normalfall, oder zumindest ist das sehr anzuraten, nicht mit einem Bild arbeiten, sondern fünf oder mehr Bilder verwenden und können dann zu Beginn sozusagen zufällig ausgespielt werden und dann kristallisiert sich. Nach einer Weile bekommen ja diese Daten auch raus, welches Bild funktioniert am besten. Könnte dann sein, welches wird am häufigsten geklickt und so weiter. Und dann haben Sie am Ende eben noch diesen CTA und dann ist die Frage, wie viel der Personen, die beispielsweise ihre Werbung gesehen haben, dann draufgeklickt haben, auf ihrer Homepage gelandet sind, abonnieren dann ihren Newsletter, laden sich die Datei runter oder bestellen eben ihr Produkt. Inhand dieser Kette gibt es sozusagen in jedem Conversion-Schritt Leute, die sie verlieren. Und das hängt eben ab von Targeting, das hängt ab vom Suchee und das hängt auch genauso ab von der Landingpage am Ende. Kennen Sie wahrscheinlich aus Ihrer eigenen Erfahrung, wenn man eigentlich nur schnell mal ein kostenloses E-Book runterladen möchte und man landet dann bei einem Formular, wo von der Blutgruppe bis zur letzten Steuererklärung übertrieben gesagt, alles abgefragt wird, dann ist das natürlich auch ein Punkt, wo viele von uns einfach abbrechen. In diesem Bereich spielt also sozusagen die Art und Weise, wie Informationen ausgespielt werden, eine Rolle, was das Sujet selber betrifft. Da denke ich, ist das Konzept des Storytelling von ganz zentraler Bedeutung. Auch da, mit diesem Thema werden wir eine Einheit widmen. Und ein weiterer Aspekt, der uns heute beschäftigt, ist eben das Thema Daten beziehungsweise im Zusammenhang damit auch Datenschutz. Wenn Sie sich überlegen, wie Social Media Plattformen funktionieren, da spielen in jedem Bereich natürlich Daten eine ganz entscheidende Rolle. Sie beginnen normalerweise die Nutzung damit, dass Sie sich registrieren und je nach Plattform haben, ist dieses Formular weniger oder mehr ausführlich. Bei Twitter brauchen Sie nur einen Benutzernamen beziehungsweise eine E-Mail-Adresse und ein Passwort oder eine Telefonnummer und ein Passwort. In den meisten Plattformen ist die Registrierung relativ simpel gestaltet. Man möchte es neuen Nutzerinnen ja nicht extra schwierig machen. Und wenn Sie mal registriert sind, dann können Sie im Lauf der Zeit eben Ihr Profil mehr oder weniger umfangreich ergänzen. Im Fall von LinkedIn sehr umfangreich. Das ist die eine Kategorie oder Art von Daten, die Sie, wenn Sie so wollen, freiwillig hier angeben. Und Sie kennen natürlich den Spruch, Papier ist geduldig, aber digitale Informationssysteme sind ebenso geduldig. Die Datenqualität dieser selbst eingetragenen Daten unterscheidet sich sehr nach Plattformen. Da gibt es zum einen einen Anteil an Fake-Profilen, weil es auf Facebook höher als beispielsweise auf LinkedIn oder Xing. Dann gibt es einen Anteil an Personen, die auch ganz bewusst falsche Daten eintragen. Eine Zeit lang war es ja sehr populär, als Facebook sozusagen im Mainstream angekommen war, gerade bei minderjährigen Nutzern einen, in Anführungszeichen, offiziellen Account für Schule und Lehrer zu haben. Und eine zweite Account, weiß nicht, ob die das noch machen, mit einem Geheimnamen, den dann nur die eigenen Freunde kennen. Dadurch entstehen natürlich auch Accounts mit falschen oder unvollständigen Daten. Wie auch immer, ein Teil dieser Daten ist mehr oder weniger korrekt. Und dann gibt es die zweite Kategorie, die im Lauf der Nutzung entsteht. Das heißt, Sie verwenden Facebook, Sie liken vielleicht die eine oder andere Unternehmensseite, reagieren auf Status Updates, schreiben Kommentare und aus der Analyse dieser Daten entstehen dann Präferenzprofile. In manchen Fällen relativ simpel nachzuvollziehen, wenn Sie beispielsweise die Fanpages mehrerer Hip-Hop Artists liken, dann wird Ihnen eher früher als später das System Interesse an Hip-Hop oder je nachdem, wer das ist, vielleicht an einem bestimmten Sub-Story und so weiter zuordnen. Und das kann dann natürlich in weiterer Folge die Art von Werbung beeinflussen, die Sie angezeigt bekommen. Jetzt ist die Tatsache, dass Daten gesammelt werden, dass Daten entstehen, natürlich nichts Social-Media-Spezifisches. Sie werden vielleicht überrascht sein, das ist auch nichts digital-technologie-spezifisches. Wir hatten in den analogen elektronischen Medien, Fernsehen und Radio, wenn Sie an die Auswertung denken, die Quotenerhebung, so wie es früher passiert, dann teilweise ohne technische Notwendigkeit immer noch passiert. Da gab es diese Auswertungsbox und da wurden Haushalte in Österreich, beispielsweise in anderen Ländern passiert ja das ähnlich, randomisiert ausgewählt. Da bekamen dann diese Auswertungsbox, eigentlich ein relativ kleines Sample und das wurde dann hochgerechnet auf die Einschaltquote. Wenn Sie wissen möchten, wie viele Personen Ihr YouTube-Video oder Ihr Facebook-Video gesehen haben, brauchen Sie natürlich niemanden mit einer Box, sondern das Gerät, mit dem wir zugreifen, eben der PC, der Laptop oder das Smartphone, das Tablet, das ist in dem Fall das Gerät. Und die ganze Struktur des Internet ist natürlich so angelegt, dass aufgrund schon der Art und Weise, wie Informationen abgerufen werden, Sie mit Ihrem Gerät jetzt auf irgendeinen Server zugreifen, ob das YouTube ist oder mein Blog oder die Universität Wien, dann übermittelt Ihr Gerät bestimmte Daten. Es hat gute Gründe. Zum einen übermittelte Geräte solche Daten wie die Größe des Bildschirms, die Auflösung, Betriebssystemversion, installierte Plugins und so weiter. Das dient dazu, erstmal technisch, damit Ihnen der jeweilige Server die passenden Daten liefern kann. Wenn Sie mit einem Gerät mit sehr kleinem Display zugreifen, bis hin zur Smartwatch auf irgendeiner Webseite, dann wird Ihnen der Server, zumindest moderne Server machen das, dynamisch kleinere Bilder schicken, entsprechend die Daten aufbereiten, sodass Sie gut auf ein kleines Display passen. Wenn Sie mit einem riesigen 28-Zoll UHD-Bildschirm darauf zugreifen, dann werden Sie größere Bilder bekommen. Das ist sozusagen eine technische Komponente. Zum Zweiten ist es auch so, und das haben sich eben damals die Leute, die Personen, die Wissenschaftler, die das Internet erfunden haben, so ausgedacht, auch aus technischen Gründen, ohne, behaupte ich mal, an die Folgenabschätzung dieser Entscheidung zu denken. Sie kennen Internet-Server unter bestimmten Adressen, unter Domains. Wenn Sie jetzt ORF.at eingeben, dann erscheint in Ihrem Browser die ORF-Seite. Diese Domains dienen ausschließlich dazu, dass wir uns die leichter merken können. Unsere Gehirne tun sich wesentlich leichter mit Namen als mit Zahlenkombinationen. Technisch betrachtet bekommt jedes Gerät, das am Internet teilnimmt, ob das jetzt Ihr Tim Berners-Lee, danke schön, genau, der große Vordenker und der Erfinder des Hypertext und des World Wide Web, schreibt auch immer noch sehr, sehr spannende Blogartikel. Ich hatte im vorigen Semester, bestand die erste Übungsaufgabe für Ihre Kolleginnen darin, einen Artikel von Tim Berners-Lee zu kommentieren. Es ist interessant, dass Sie das ansprechen. Tim Berners-Lee, für die, die ihn nicht kennen, ein britischer Wissenschaftler, der hat wirklich, der hat einen Hypertext erfunden, es gab da natürlich auch Ansätze vorher, der hat entscheidend an der technischen Definition des World Wide Web mitgearbeitet und Tim Berners-Lee ist alles andere als glücklich über den Status Quo des Internet. Er publiziert auch regelmäßig dazu. Nämlich, weil er der Meinung ist, das Internet sollte eigentlich eine offene, dezentrale Struktur sein. Und momentan gibt es eben ein paar große zentrale Anbieter, die da sehr viel auch Daten in der Hand haben. Und Tim Berners-Lee war eigentlich immer ein Kämpfer für Datenhoheit, ein Thema, das ganz zentral auch bei der DSGVO eine Rolle spielt. Das heißt, Datenhoheit, das ist erstmal ein abstrakter Begriff. Wir sollten selber bestimmen, wer welche Daten über uns speichern darf und sollten die Kontrolle darüber haben. Aber zurück zu den angesprochenen IP-Adressen, wie Angel Dust Duke hier gerade in der Check gepostet hat. No place like 127.001. So sehen diese IP-Adressen aus. Das sind Zahlengruppen, drei Zahlen, vier Dreier-Zahlengruppen. Und diese 127.001, das ist auch eine technische Konvention, das ist immer die IP, die dem Rechner zugeordnet ist, auf dem sie gerade arbeiten, wenn sie sie lokal abfragen. Also sozusagen steht auch gerne auf Fußmatten. No place like home. Das ist sozusagen die Home-Adresse. Und wenn sie jetzt mit ihrem Rechner auf ORF.at zugreifen, simplifiziert erklärt, dann passiert im Hintergrund folgendes. Ihr Computer oder ihr Smartphone greift auf einen sogenannten DNS-Server zu. DNS steht für Domain Name System. Und dieses Domain Name System, müssen Sie sich vorstellen wie ein digitales Telefonbuch. In dem steht drin, welche Domain, also in dem Fall ORF.at, gehört zu welcher IP-Adresse. Dieses Domain Name System ist dezentral, ist ein wesentlicher Bestandteil des Internet, würde das DNS-System ausfallen, dann könnten Sie über ORF.at nicht mehr auf die Seite zugreifen. Wenn Sie aber in Ihrem Browser statt ORF.at direkt die IP-Adresse eingeben, weil Sie die aus welchen Gründen auch immer wissen, die kann man auch relativ leicht erfahren, dann würde das trotzdem funktionieren. Manche Zensurversuche, ich sage mal die ganz simpleren, die sind in der Vergangenheit auch über das DNS-System gelaufen. Das heißt, dass bestimmte Regime, in der Türkei wurde das gemacht, die haben dann DNS-Systeme werden im Normalfall von den Providern betrieben. Die haben eben da bestimmte Einträge entfernen lassen. Sie können auf Ihrem Computer, je nachdem ob Sie jetzt Windows, Linux oder Mac verwenden, sich aussuchen, welche DNS-Server Sie verwenden. Normalerweise werden automatisch die DNS-Server verwendet, die Ihr Provider bereitstellt. Wenn Sie jetzt einen T-Mobile Internet-Zugang haben, dann nutzen Sie im Normalfall die DNS-Server von T-Mobile. Sie können das aber auch umstellen. Unter anderem betreibt Google eine eigene DNS-Server-Infrastruktur. Die ist nicht landesspezifisch, sondern international. Unterwirft sich natürlich auch politischen Entscheidungen, aber eben nicht allen. Und ganz interessant, in vielen Fällen, auch wenn es darum ging, bestimmte Torrent oder illegale Film-Provider zu blocken, dann wurde oft das DNS-System verwendet. Man musste dann nichts weiter tun, als den Computer so zu konfigurieren, dass beispielsweise das Google DNS oder ein alternatives DNS-System verwendet wird. Und ja, das heißt auch, wenn Sie eine Domain kaufen oder eine Webseite betreiben, dann ist eine Sache, die Ihr Provider tut, er stellt Ihnen eine IP-Adresse zur Verfügung und genauso diesen DNS-Eintrag, wo das dann wieder zugeordnet wird. Sonst könnte man Ihre Webseite nicht aufrufen. Server haben also diese IP-Adresse, zugleich hat aber Ihr Gerät, mit dem Sie im Internet sind, auch eine IP-Adresse. Für die technisch etwas versierteren unter uns, ich erkläre jetzt die Basic-Version, es geht wirklich nur ums Prinzip. Genau genommen, wenn Sie in einer WG wohnen und Sie haben einen Internetzugang von A1 oder von wem auch immer, dann hat Ihr Router, also das Gerät, wenn Sie ins Internet gehen, hat eine IP-Adresse nach außen. Und egal, ob Sie jetzt zwei oder zehn Leute in der Wohnung sind oder zwei oder zehn Geräte betreiben, die Geräte haben dann intern werden unterschiedliche Adressen aber nach außen hin alle dieselbe. Das bedeutet auch im Hinblick auf die Verfolgung von Kriminalität, wenn jetzt jemand beispielsweise im Darknet, keine Ahnung, Waffen bestellen würde und aus welchen Gründen auch immer, bemerkt das eine digitale Ermittlungseinheit der Polizei, dann wäre der Rechtsweg folgender, dass die Polizei feststellen muss, wer hat zu diesem Zeitpunkt diese IP-Adresse verwendet. Das kann die Polizei nicht auf Knopfdruck machen. Wir haben hier in Österreich relativ strenges Regulatorium. Die Polizei muss sich für diesen Fall eine richterliche Genehmigung holen. In dieser richterlichen Genehmigung steht dann drin, der jeweilige Provider, und jeder Provider hat einen bestimmten IP-Range, das heißt, war das eine A1 oder ein T-Mobile-Zugang, das weiß man gleich, muss der Polizei mitteilen, wer diese IP-Adresse verwendet hat. Das heißt, die Polizei klopft dann an, da gibt es Prozesse dafür, das geht in der Praxis innerhalb weniger Minuten, wenn das notwendig ist, und der jeweilige Provider sagt dann, aha, die IP-Adresse so und so wurde zu diesem Zeitpunkt an XY vergeben. Jetzt gibt es unterschiedliche Internetzugänge, DSL heute nicht mehr so üblich, da wäre es jetzt so, dass ich bei jeder, oder ISDN, dass ich bei jeder Einwahl eine IP-Adresse aus dem Pool des Providers bekommen. Dann gibt es andere Internetzugänge, als Standleitungen bezeichnet, die IP-Adresse ist im Normalfall so, dass sie über einen langen Zeitraum dieselbe IP-Adresse haben. Aber das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, die Institution, die weiß, wer welche IP-Adresse benutzt, ist der Provider, der sie ihnen zuteilt. Der kann das gegebenenfalls der Polizei sagen und dann würde letztendlich irgendwann die Polizei, wahrscheinlich relativ bald, die Polizei an ihre Tür klopfen oder dann feststellen, das ist eine WG und müsste dann sozusagen ermitteln, das kann man anhand forensischer Behandlung der einzelnen Geräte oder forensische Untersuchung, simple Browser-History, aber auch wenn sie die löschen, kann man viel wiederherstellen, wie auch immer, müsste dann feststellen, wer von diesen zwei oder fünf Leuten auf seinem Gerät eben diese Waffen bestellt hat. Wir erklären das nur, damit sie das grundsätzliche Prinzip verstehen. Jetzt ist diese, guten Morgen, jetzt ist diese Übertragung natürlich und was ich auch nicht erwähnt habe, diese vier, vier Dreiergruppen aus IP-Adresse, das sind die alten IP-Adresse. Es gibt mittlerweile einen neuen Standard, den IP-6, wie es nur als Fußnote anekdotisch erwähnenswert, als das Internet erfunden wurde, dachte man oder dachten die damaligen Architekten, wenn sie so wollten, dass die, sie können sich das ausrechnen, jede dieser Dreiergruppen, die Kombinationen, dass diese Zahl an möglichen IP-Adressen locker ausreicht. Das ist mittlerweile aber nicht so. Das hat auch damit zu tun, dass ja nicht, nicht nur jeder von uns im Normalfall mehrere Geräte verwendet. Die meisten von Ihnen haben einen Laptop und zumindest ein Smartphone, vielleicht noch ein Tablet, sondern dass es auch immer mehr IP-Geräte gibt. Von der Heizungssteuerung, Smart Home bis hin zum besagten Kühlschrank. Das heißt, die IP-Adressen wurden durchaus knapp, aber das Prinzip ist das gleiche. Und wenn Sie jetzt eine ORF-Seite abrufen, dann werden diese technischen Daten übertragen, aber es wird immer auch Ihre IP-Adresse, also die Adresse, die Ihrem Gerät zugeordnet ist, mit übertragen. Und da hat sich niemand großartig Gedanken drüber gemacht. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, als Außenstehender sozusagen, wenn Sie jetzt auf meinen Server auf Bettauer nicht zugreifen würden, dann sehe ich als Außenstehender auch tatsächlich genauso, wenn ich in Serverprotokoll reinschaue. Das war die IP-Adresse 101, 312 und so weiter. Wenn Sie jetzt über einen längeren Zeitraum dieselbe IP-Adresse haben, sehe ich da jedes Mal, wenn Sie da zugreifen, wenn Sie auf die Startseite gehen und die Seite schnell wieder verlassen, wenn Sie auf die Startseite gehen, ein Kontaktformular abschicken, das kann man alles nachvollziehen anhand der IP-Adresse. Was ich nicht weiß, ist, wer Sie sind. Ich kann, wie gesagt, ich bekomme diese richterliche Verfügung nicht und ich könnte jetzt nicht feststellen, wer benutzt diese IP-Adresse. Sieht natürlich wieder anders aus, wenn meine Seite beispielsweise ein Blog ist und Sie sich dort registrieren können. Wenn Sie sich dort registrieren und hypothetisch sagen wir mal Ihren richtigen Namen eintragen, dann sehe ich als Seitenbetreiber auch, diese IP-Adresse gehört zu diesem Namen und wenn Sie eingeloggt sind, dann kann ich sowieso sehr umfangreich, dann brauche ich die IP-Adresse gar nicht mehr, dann kann ich sehr umfangreich nachvollziehen, was Sie auf meiner Seite tun. So, das sind die technischen Grundlagen. Das ist auf der einen Seite die Grundlage für alle Arten von Web-Analytics. Die von Ihnen die Erfahrungen im Online-Bereich haben oder selber mit Webseiten zu tun, die werden das kennen. Es gibt von Google wie Google Analytics ein kostenloses System, zumindest bis zu einer gewissen Besucherzahl. Ich glaube eine Million im Monat kostenlos. So ein Auswertungstool, das sagt Ihnen dann, es gibt Ihnen Informationen, die man im Marketing normalerweise sehr gern zur Verfügung hat. Zum Beispiel, wo kommen unsere Nutzer her? Denken Sie an die letzte Einheit an die Traffic-Channels, für Ihre Webseite interessant dann zu wissen. 10% kommen von Facebook, 5% kommen von Google, so und so viele kommen von dort und dort. Wie lange halten die sich dort auf? Welche Seiten rufen die auf? All diese Dinge bekommen Sie in der Web-Analyse. Und Sie können, wenn Sie diese kompletten Daten zur Verfügung haben, können Sie Seiten auch personalisieren und stellen Sie mal vor, selbst ohne Registrierung, Sie greifen jeden Tag auf der Standard.at zu, klicken auf die Startseite, klicken von dort dann weiter ins Innenpolitik-Ressort, machen das fünfmal. Dann könnte jetzt jemand annehmen, Sie interessieren sich wohl vorwiegend für Innenpolitik und könnte man Ihnen dann, zumindest theoretisch, wenn Sie das nächste Mal auf die Startseite gehen, gleich auf der Startseite, die wichtigsten Innenpolitik-Beiträge anzeigen. Und jemand, der sich immer den Sportteil ansieht, dann könnte man mehr Sportbeiträge auf der Startseite anzeigen. Zum Zweiten entsteht auch aus dieser Form der Nutzung, entstehen Profile, Stichwort Innenpolitik Sport und wenn jetzt der Standard Werbung schaltet, dann könnte er diese Daten wiederum nutzen und sagen, das sind Nutzer, die haben eher Sportinteresse, denen sollte ich vielleicht besser die Werbung für, keine Ahnung, Sportkleidung, Sportschuhe, Premium-Abo von einem Sportsender anzeigen, das sind die, die sich eher für Innenpolitik interessieren. Die Frage, ob man das so einfach einem Produkt zuordnen kann, aber Sie verstehen das Prinzip. Das ist bei Webseiten so und das ist natürlich noch einmal turbocharged im Social-Media-Bereich, klarerweise. Warum? Weil Social-Media-Plattformen, es gibt natürlich bestimmte Bereiche, die öffentlich zuhängig sind, aber im Großen und Ganzen, im Normalfall, sind diese Social-Media-Plattformen registrierungspflichtig. Das heißt, sie registrieren sich und wie gesagt, das ist Ihre Entscheidung, ob Sie dort Ihren echten Namen verwenden. Auf LinkedIn oder auf Xing wird es wenig Sinn machen, sich unter einem Fake-Namen zu registrieren, wenn man das auch beruflich verwendet. Auf anderen Plattformen ist das wiederum eine andere Frage. Das heißt, der Aspekt der Personalisierung, das spielt auf Social-Media eine sehr starke Rolle und natürlich auch dieser Aspekt der Datenauswertung. Das ist mal die eine Sache. Die zweite Sache, was man mit diesen Daten machen kann, sind natürlich auch Dinge, Auswertungen, problematische Anwendungsfälle, die weit, weit über das typische, ich habe mich mal für rote Wollpullover interessiert, also sehe ich jetzt die rote Wollpullover-Werbung hinausgehen. Ich glaube, wir haben da ein sehr trauriges Beispiel im echten Leben international mit der Volksrepublik China. Das haben Sie wahrscheinlich mitbekommen. China hat ja ein sogenanntes Social-Scoring-System eingeführt. Das ist ein Lehrbuchbeispiel, was man mit diesen Daten anfangen kann. Nur ganz grob in Grundzügen erklärt, bei einer Häufung von Ordnungswidrigkeiten und da geht es ganz explizit wirklich nicht um Rechtsbrüche, also nicht um irgendwelche Verurteilungen oder tatsächlich gesetzlichen Strafen. Mit Ordnungswidrigkeiten meine ich so etwas wie ein Parkticket. Sie haben Ihren Wagen zu lange in der Kurzbachzone stehen lassen oder ganz auf den Kurzbachschein verzichtet und Poker gespielt, wie auch immer, dann kriegen Sie ein Ticket. In Österreich oder in den meisten anderen Ländern würden Sie dieses Ticket dann bezahlen, sonst kommt irgendwann ein Erlagschein und so weiter und so weiter. In China passiert das natürlich auch, aber jeder kleine Verstoß, jede Ordnungswidrigkeit, bis hin zum bei rot über die Ampel gehen, wird, wenn es erfasst wird, wird protokolliert und trägt zu Ihrem Social Score bei. Und dieser Score, je schlechter der ist, sozusagen, der hat dann sehr konkrete Auswirkungen auf Ihr tägliches Leben. Ab einem bestimmten Wert dürfen Sie beispielsweise nicht mehr ausreisen, Sie bekommen keinen Pass mehr. Sehr viele Chinesen haben keinen Pass und sie besorgen sich den dann am Amt, wenn sie das erste Mal ins Ausland reisen. Wie gesagt, wenn Scoring nicht passt, dann gibt es auch keinen Pass. Es hat Auswirkungen auf die Wohnungsvergabe, auf die Jobvergabe, auf die Sozialversicherung. Das ist eine Implementierung, wenn Sie so wollen, dieses Modells des gläsernen Menschen. Ich glaube, selbst für alle, denen möglicherweise die Gefahren durch den Datenmissbrauch nicht so unbedingt bewusst waren, müsste China ein sehr eindrückliches Beispiel sein, das zeigt, was da alles möglich ist. Naja, Angel Das Duke, diese Sache mit dem Pentagon und den Nuklearsilos, da stand schon mehr dahinter. Es ging nicht, darf ich sagen, nur um die Nuklearsilos, sondern das Grundproblem war ja, das primäre Kommunikationssystem, das dem Militär oder anderen zu der Zeit zur Verfügung stand, war das analoge Telefon. Und das ist ja ein zentral, also ein zentralistisch angelegtes Kommunikationssystem. Sie kennen das vielleicht aus alten Filmen, da gibt es noch die Damen und Herren in der Telefonzentrale, wo man dann anruft und die über das Switchen von Relais die Verbindung herstellen. Das wurde dann später natürlich alles automatisiert und digitalisiert, aber nichtsdestotrotz im klassischen Telefonnetz, wenn Sie die miteinander kommunizieren können. Und das war natürlich eine starke Motivation, eine dezentrale Alternative dazu zu schaffen. Da ist die Steuerung der Nuklearwaffen sicherlich ein Aspekt davon. Aber zugleich, und wer war das? War das Demokrit, der gesagt hat, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Ganz so ist es nicht unabhängig davon, als das US-Militär und das Pentagon an einem solchen Kommunikationssystem, das meistens dem ARPANET forscht, daten Wissenschaftler interessanterweise in Hawaii genau dasselbe. Und könnte man sagen, dass das Internet wurde zweimal erfunden. Deren Forschungsabsicht lag in einem weit zivileren Bereich, denen ging es darum, ihre Forschungspapers, sie wissen ja im wissenschaftlichen Begutachtungsprozess, Reviews und so weiter, gegenseitig zuzuschicken. Ja, bei Blacklist gibt es eine Folge und dann... Nein, Black Mirror meinen sie, oder? Black Mirror, nicht Blacklist. Ja, Black Mirror mit dem Social Score genau, wo sie dann bei jeder Interaktion sozusagen mit dem Handy. Und da ist das auch ganz gut dargestellt. Und ich glaube, die Folge ist sogar kurz rausgekommen, bevor China das Social Scoring System eingeführt hat. Geht natürlich sehr in die Richtung und ja, generell ein guter Tipp, wenn man ein gewisses Interesse an Dystopien hat, sich Black Mirror anzusehen. Da gibt es ein paar sehr interessante Folgen. Mein Favorit ist die mit den ich glaube, der dritten Staffel, mit den zwei College-Freunden, die dann das Kampfsportspiel auf der Konsole spielen. Mehrfach in Hinsicht großartig. Ja, Social Scoring ist ihnen bewusst. Das ist eine Sache, mit der man sehr, sehr vorsichtig umgehen muss. Das ist ein Aspekt. Dazu haben wir natürlich noch das ganze Potenzial der Meinungsbeeinflussung, der politischen Meinungsbeeinflussung, der potenziellen Manipulation über Social Media Plattformen. Das kommt dann noch dazu. Natürlich, je mehr sie über jemanden wissen, desto besser können sie ihn oder sie mit gezielten Informationen befüttern. Und dann ist eine Sache, die finanziellen Auswirkungen. Da gibt es mehr, als die wahrscheinlich erahnen würden. Ganz triviale Dinge. Wenn sie, was ja jetzt dann wieder relativ problemlos möglich sein dürfte, eine Flugreise buchen möchten, hängt es davon ab. Sie können das gerne mal ausprobieren, wenn sie die entsprechenden Möglichkeiten haben, ob sie mit einem Macbook oder einem Windows-Rechner auf die jeweilige Buchungsplattform zugreifen. Ich sage mal so, es mag Ausnahmen geben, aber im Großen und Ganzen sind Mac-Nutzer Einkommen stärker. Die kriegen höhere Preise angezeigt, nicht nur im Flugbereich. Da gibt es immer wieder den Versuch, gerade bei Versicherungen, wo ja Versicherungsmathematik eine sehr große Rolle spielt, wenn sie beispielsweise eine Lebensversicherung abschließen. Da möchte die Versicherung ja ganz gerne wissen, in welchem Gesundheitszustand sie sich befinden. So quasi geht es nächste Woche schon mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Ende oder ist er total fit, hängt vom Alter, Lebensführung und diversen Faktoren ab. Und da ist natürlich auch ein großes Missbrauchspotenzial vorhanden, um solche Daten, die wir möglicherweise unfreiwillig für uns preisgeben, auszuwerten. Das ist so die Problemwolke. Und die Europäische Union, nicht das einzige, aber in der Hinsicht wirklich in Vorreiterrolle, hat sich da sehr lange, und Sie werden es dann sehen, wirklich einige Jahre überlegt, was kann man machen. Das Ganze gipfelte dann in der DSGVO, in der sogenannten Datenschutz-Grundverordnung auf Englisch beziehungsweise international als GDPR, General Data Protection Regulation bezeichnet. Das ist ein umfangreiches Regelwerk, das in mehrerer Hinsicht den Umgang mit solchen Daten eben regeln soll, und zwar auf eine Art und Weise. Der ideologische Hintergrund der DSGVO ist der, dass die EU beziehungsweise die gesetzgebenden Organe in der EU sich wesentlich dazu entschieden haben, Daten beziehungsweise den Datenschutz zum Äquivalent eines klassischen Bürgerrechts, eines Menschenrechts zu machen. Das heißt, die Verfügbarkeit, die Kontrolle über unsere eigenen Daten ist in vielerlei Hinsicht gleichgestellt mit diesen Rechten, wie man in europäischen Demokratien oder in Demokratien weltweit als unteilbar und unantastbar betrachtet. Und das zielt natürlich zu einem hohen Grad, wenn nicht nur, auf digitale Medien und damit auch Social Media ab, weil ja aufgrund all dieser technischen Faktoren dort eine Menge an Daten anfallen. Glauben Sie aber nicht, dass die DSGVO nur digitale Medien betrifft, von der Geltung des Gesetzes her. Und wenn Sie ein sehr altmodischer Dienstleister sind, der nicht einmal ein Handy besitzt und der alles in Karteikärtchen regelt und analogen Holzkasten dort stehen hat, wo er alle Kundendaten und Termine und so weiter erfasst, gilt dafür genauso die DSGVO. Das hat nichts mit dem Medientyp zu tun. Es ist nur so, dass eben im analogen Bereich Daten normalerweise schon explizit gespeichert, ist gleich aufgeschrieben oder sonst wie verewigt werden müssen. Und die digitalen Bereiche haben Sie zum einen die Daten, die explizit eingeben werden und zum zweiten den ganzen Rathenschwanz an Daten, durch die Metadaten, der automatisch passiert. Also es hat natürlich große Auswirkungen auf den digitalen Bereich. Zum zweiten, ganz klar standen große Unternehmen im Fokus der DSGVO, ganz konkret diese großen Anbieter, über die wir uns im Lauf dieser Vorlesung auch immer wieder unterhalten. Google als de facto mittlerweile einzige Suchmaschine, der früher Facebook-Konzern inzwischen Meta mit seiner Facebook-Welt, mit WhatsApp und Instagram und all den nachgeordneten Unternehmen, LinkedIn, Zing kann man international nicht zu den großen zählen, Twitter eigentlich ebenfalls nicht aufgrund der dadurch bescheidenen insgesamt Nutzerzahl, aber diese großen Anbieter, wir sprechen im Wesentlichen von Google, Facebook, Amazon, Apple zum Teil, wobei das ja durch mehr in Hardware-Richtung geht, aber die haben auch iTunes usw. Diese großen Anbieter aggregieren einen großen, großen Teil aller Daten. Die haben, wenn man so will, am meisten davon. Auf der anderen Seite, jeder von uns, der Homepage betreibt, hat auch eben die Möglichkeit, dort gewisse Daten zu speichern. Der zweite Punkt ist, die DSGVO gilt nicht nur für Unternehmen ab einer bestimmten Größe und auch nicht nur für Unternehmen, die, ich sage einmal, mehr mit Datenspeicherung zu tun haben, weil sie vielleicht in einem digitalen Bereich unterwegs sind, sondern gilt für alle Unternehmen. Von der kleinen Waldviertler Tischlerei bis zum großen amerikanischen Online-Konzern. Der geografische Geltungsbereich der DSGVO, und das mag Sie ein wenig überraschen, ist nicht so, wie man als juristischer Laie annehmen könnte, die Europäische Union. Dort gilt die DSGVO zwar, aber der Geltungsbereich, und das ist relativ untypisch für ein solches Gesetz, ist international. Die DSGVO gilt überall. Und zwar gilt sie dann für jeden Anbieter, sofern der seine Produkte und Services an Bürger innerhalb der Europäischen Union anbietet oder verkauft. Das heißt in der Praxis, wenn Sie in Thailand eine Apartmentvermietung betreiben und auf einer Online-Plattform Ihre Apartments dort auch beispielsweise in Deutschland anbieten, dann gilt für Sie die DSGVO. In der Praxis heißt das natürlich, das muss auch klar sein, das gilt. Man kann gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. Die Frage ist dann, inwieweit so etwas international überhaupt sinnvoll durchsetzbar ist. Sie werden mit den zur Verfügung stehenden Mitteln des internationalen Rechts einem kolumbianischen Wohnungsvermittler kaum sinnvoll irgendwie verfolgen können. Nichtsdestotrotz, von der Grundidee her ist das Ganze so. Was will die DSGVO jetzt überhaupt oder anders gesagt, worauf zielt sie ab? Ein simpler Grundsatz. Man kann Gesetze ja in zwei Richtungen gestalten. Man kann alles erlauben einmal grundsätzlich und dann gewisse Dinge einschränken. Das bringt oft relativ komplexe Regelwerke. Im Wesentlichen, weite Teile unserer Straßenverkehrsordnung laufen ja so, wenn Sie jetzt überlegen, Sie dürfen sich den Führerschein besitzen oder auch ohne E-Vorrat. Sie dürfen sich ein Fahrzeug kaufen und dann dürfen Sie mit diesem Fahrzeug mal alles außer schneller als XY Kilometer fahren, je nach Straßentyp. Dort, wo Sie in einer Schildsack nicht links wenden oder Sie müssen stoppen und so weiter. Und diese Regeln, aber grundsätzlich dürfen Sie hinfahren wie Sie wollen, eingeschränkt durch bestimmte Regeln. Jetzt hätte man die DSGVO natürlich auch so gestalten können, dass man sagt, ja, Daten werden gespeichert, so ist das halt mal im Internet. Und wir schränken aber bestimmte Dinge ein, die problematisch sind. Das hat der Gesetzgeber nicht gemacht, sondern der Grundsatz der DSGVO ist, erstaunlicherweise, es ist verboten, Daten zu speichern. Bedeutete das das sofortige Ende des Internet? Nein, keineswegs. Sondern es ist die andere Form der Ausgestaltung. Das wäre jetzt, wenn Sie es mit der Straßenverkehrsordnung vergleicht, das wäre so, wie wenn Sie sagen, es ist verboten, mit dem Auto oder mit irgendeinem motorisierten Verkehrsmittel irgendwo hinzufahren. Außer. Außer. Das ist durchaus vergleichbar mit den Regeln im Lockdown. Ich muss unweigerlich lachen bei dem Chaos. Mittlerweile kann man ja wirklich nochmal drüber lachen. Aber das ist insofern ein ganz gutes Beispiel, weil die haben so funktioniert. Wir dürfen nicht aus dem Haus gehen, außer. Sie müssen zum Arzt oder sich ein Brot kaufen oder eine Hund Gasse führen. Keine Ahnung, was es halt da für Ausnahmen gegeben hat. Von der grundsätzlichen Struktur her funktioniert die DSGVO ganz genauso. Dass man sagt, Daten dürfen nicht gespeichert werden, außer. Sie haben einen guten Grund dafür. Und die DSGVO nennt dann diese Gründe, die es überhaupt erlauben, Daten zu speichern, recht explizit. Das hat zum einen mit anderweitigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu tun. Wenn Sie beispielsweise an Steuer-, Wirtschafts- und Unternehmensrecht denken, da gibt es die Verpflichtung, Rechnungen, Finanzunterlagen usw. in Österreich sieben Jahre aufzubewahren. Das wäre jetzt typisch etwas, das dem Verbot, Daten zu speichern, entgegensteht. Da überwiegt sozusagen die Finanzregelung. Und dann gibt es natürlich gewisse notwendige Dinge. Wie gesagt, Datenübertragung spielt eine Rolle im Internet. Serverprotokolle werden automatisch erstellt. Aber man darf das nur innerhalb eines sehr engen Spielraums machen. Was hat das jetzt praktisch für Social Media oder Webseiten überhaupt für Auswirkungen? Ich werde jetzt mal auf den Bildschirm wieder umschalten. Sie kennen das natürlich alle aus Ihrer eigenen Erfahrung. Ich mache da nur ein anonymes Fenster auf. Wenn man das sieht, so wird man beim ersten Mal laden einer Webseite, wenn ich jetzt den Standard hier öffne. Da haben wir diese Frage. Ein kleines Mal am Beginn. Wir können da abonnieren, zahlen wir eine monatliche Gebühr. Oder wir haben die Option zu sagen, ich bezahle mit meinen Daten. Standard macht es eben so, mit dieser Zustimmung, ich bin einverstanden damit, dass mein Nutzerverhalten analysiert wird. Und dass personalisierte Werbemaßnahmen möglich sind. Ob das in der Form so simpel überhaupt in Zukunft möglich sein wird, ist sehr sehr fraglich. Aber nichtsdestotrotz, sagen wir mal, wir schauen uns das Ganze mit Werbung an. Dann haben wir eben da oben einen Penner eingeblendet, da rechts die Bilderwerbung und so weiter. Das kennen Sie. Das kann man natürlich in unterschiedlicher Ausprägung betreiben. Typischerweise wird dieses Fenster, wo es in vielen Fällen auch ein eingeblendetes, wie heißt das, eine eingeblendete Leiste, Sockelleiste unten ist, als Cookiebar bezeichnet. Cookies sind technisch betrachtet Informationen, die Webseiten, die Sie besuchen, auf Ihrem Rechner hinterlassen. Wenn Sie sich irgendwo einloggen, dann kennen Sie das, wenn man ein anonymes Browserfenster aufmacht oder das nächste Mal einen anderen Rechner verwendet, muss man sich wieder einloggen. Am selben Rechner muss man das nicht. Das liegt daran, dass diese Seite Ihr Login speichert. Nicht das Passwort und den Nutzernamen im Klartext irgendwo speichert, sondern ein verschlüsseltes Cookie, das irgendwie sagt, die Person ist da in einem Account eingeloggt auf dem Rechner. Das wäre so eine Form von Cookie. Dann gibt es selbe Prinzip Cookies, die dazu da sind, Informationen zwischen Webseiten zu transferieren. Beispielsweise, Sie haben sich auf Zalando den roten Pullover angeschaut und dann kriegen alle Werbepartner, zum Beispiel OE24, die Information, den roten Pullover angeschaut, aber nicht gekauft und dann können wir das Bild wieder anzeigen. Dann gibt es Cookies, die für diese, das was ich jetzt zuletzt gesagt habe, ist quasi direkte Marketing oder Werbeanwendung und dann gibt es noch Cookies, die eher im statistischen Bereich zu verorten sind, wo es eben darum geht, diese vorher angesprochenen Webanalysen vorzunehmen. Eine der Mitauswirkungen der DSGVO bzw. genau genommen der europäischen Cookie-Richtlinie, E-Privacy-Richtlinie ist eben die Tatsache, dass wenn man eine Webseite betreibt, man verpflichtet ist, eine Datenschutzerklärung dort zur Verfügung zu stellen und den Nutzerinnen und Nutzern die Wahl zu lassen, welche dieser Cookies sie denn akzeptieren wollen oder anders gefragt. Man darf die nicht gegen ihren Willen tracking und targeten. Jetzt, wenn man sich dieses Fenster da anschaut, wir haben da akzeptieren und ablehnen, aber das ist auch eine der Auswirkungen dieser E-Privacy-Richtlinie, sie haben da auch detaillierte Cookie-Einstellungen und deswegen nehmen wir da immer gerne OE24, das ist natürlich ein schönes Beispiel. Da gibt es einmal diese unbedingt erforderlichen Cookies, das wären technische Cookies, die werden einmal zum Tracking verwendet, die sind auch erlaubt. Dann gibt es Leistungscookies, das ist, was ist das, ein Keks, ein Keks mit extra viel Koffein drin, ist nicht so selbsterklärend, die nennen die Analytics-Cookies Leistungscookies, das ist eine eigene Kategorie. Dann gibt es funktionelle Cookies, die nicht unbedingt notwendig sind, die man aber braucht für Komfortfunktionen, so etwas wie ein Login. Wenn Sie die abdrehen, dann können Sie sich einloggen, aber beim nächsten Mal müssen Sie das eben dann wieder tun. Dann wird es sozusagen immer böser, Cookies für Marketingzwecke. Diese Cookies können über unsere Webseite von unseren Werbepartnern gesetzt werden, da geht es um den Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Anbietern. Cookies für personalisierte Anzeigen und Inhalte, denken Sie nochmal an das Sport-Innenpolitik-Beispiel. Informationen auf einem Gerät speichern und oder abrufen, genaue Standortdaten verwenden, Geräteeigenschaften zur Identifikation aktiv abfragen. Aufgrund dieser Daten, die übertragen werden, auch wenn sie sich nicht einloggen, kann man, oder anders gesagt, unsere Computer und Smartphones sind so einzigartig, dass man sie leicht identifizieren kann. Das mag Sie jetzt vielleicht auch überraschen, aber da wird eine recht große Liste übertragen, welches Betriebssystem, welche Version, welche Plugins, welche Extensions, welcher Browser, welche Auflösung. Ein digitaler Fingerprint, der ziemlich eindeutig ist, aber Sie sehen schon, ich möchte es auch nicht mit Offline-Daten zusammenführen, ich möchte es nicht im Detail durchgehen. Ich zeige Ihnen das nur, damit Sie sehen, da passiert eine ganze Menge an Data Handling. Bis vor Inkrafttreten der DSGVO bzw. der E-Privacy-Richtlinie hätte man Sie das nicht fragen müssen. Da durfte jeder speichern, was er oder sie wollte. Das heißt, es ist ein Problem, das offensichtlich existiert und wo sich eben die Europäische Union dann dazu entschlossen hat, etwas dagegen zu unternehmen. Vom formalen Prozedere her ist es so wie beim europäischen Rechtsgebungsprozess üblich. Das bedeutet folgendes. Die Europäische Kommission hat dieses Gesetzeswerk in einem langen Diskussionsprozess unter Einbeziehung von Expertengruppen geschaffen. Und europäisches Recht gilt ja nicht unmittelbar in den Mitgliedstaaten, sondern es gibt dann eine Phase, wo die jeweiligen Staaten das in nationales Recht umwandeln müssen. Dabei darf aber inhaltlich nichts geändert werden. Sollte diese Phase versäumt werden, dann würde das EU-Recht unmittelbar anwendbar werden in diesen Staaten. Nun ist die DSGVO ein zwar umfassendes, wenn man es rein von der Seitenzahl her betrifft, Regelwerk, das aber sehr, sehr allgemeine Prinzipien festlegt und noch sehr viel Interpretationsspielraum bietet. Ein Bereich, der neben dieser ganzen Speicherung von Daten eine ganz wesentliche Rolle spielt, und da sind wir bei diesen Marketing-Cookies und beim Datenaustausch unter unterschiedlichen Werbepartnern, ist, ich darf keine Daten speichern, aber manche Daten darf ich, weil sie unter Ausnahme fallen, eben durchspeichern. Jetzt habe ich diese Daten speichert, darf ich sie weitergeben. Nein, Datenaustausch ist grundsätzlich auch verboten, aber wenn Sie das trotzdem tun, auch weil es technisch zum Beispiel notwendig ist oder weil der Nutzer Ihnen die Erlaubnis dafür gibt, dann muss das Ganze, ups, mein Stuhl, dann muss das Ganze vollkommen transparent erfolgen. Das heißt, Sie müssen zu jedem Zeitpunkt wissen, wer gibt wem Ihre Daten weiter. Und da sehen Sie schon, da stoßen wir an gewisse Grauzonen, ich würde eher sagen Dunkelgrauzonen, fast alle Social Media Anbieter betreiben ihre Server in den USA und haben diverse Systeme im Einsatz, die eben genau dieser Datenwiedergabe dienen. Jetzt müssen die, um in der Europäischen Union überhaupt geschäftlich tätig zu sein, ja ich spreche da von den großen, viel für Facebook, Google und so, genauso, die müssen so Agreements unterschreiben, Data Processor Agreements. Da steht drin, wir verpflichten uns, die Daten, europäischen Daten, auf unseren Servern nach genau denselben strengen Sicherheitsstandards zu speichern, wie es in Europa vorschreibt, auch wenn die Server in Amerika stehen, wir trennen das alles. Die sagen die und jeder, jeder der technisch ein wenig Ahnung hat, weiß, dass das eine ziemlich freche Lüge ist. Der Grund, warum ich Ihnen das erzähle, selbst mit der Verabschiedung der DSGVO, ist dieses Thema noch lange nicht abgeschlossen. Gesetz ist eine Sache, wie es implementiert wird und wie es vor allem überprüft wird, ist eine andere Sache. Und das ist ja einer der Hauptkritikpunkte an der Datenschutzgrundverordnung. Ich habe Ihnen ja vorher gesagt, die gilt für alle Unternehmen, dass sie eigentlich gar nicht so sehr diese großen Unternehmen trifft, auf die sie abzielt. Und die haben in Zweifelsfall sehr große Rechtsabteilungen und die entsprechenden Ressourcen, um da ein wenig Katz und Maus spielen zu können mit dem Gesetzgeber, was sie auch getan haben und immer noch tun. Und dann gibt es den Waldviertler Tischler und für den kann das ein größeres Problem darstellen. Gute Frage, ist es jetzt illegal Google Analytics zu verwenden bzw. strafbar? Das wurde oft so kolportiert nach diesem Urteil. Nein, ist es nicht. Es war schon vorher strafbar, wenn Sie entsprechend abhängig davon, wie Sie Google Analytics konfiguriert haben. Und da komme ich jetzt zu einem weiteren zentralen Bereich der DSGVO. Dann verstehen Sie auch, warum ich begonnen habe mit dieser Erklärung der IP-Adressen. Ein wesentliches Kriterium dafür, welche Daten nicht gespeichert werden dürfen, ist, und das Hauptkriterium sogar, handelt es dabei um persönliche Daten. Ihr Name ist ein persönliches Datum, Ihre Wohnadresse, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse. Innerhalb dieser persönlichen Daten gibt es nochmal eine besondere Gruppe, sogenannte besonders sensible Daten, die speziell geschützt sind. Darunter fallen solche Dinge wie Religionszugehörigkeit, aber auch Ihre medizinischen Daten. Das heißt, um die geht es bei der DSGVO. Und dann gibt es, ich sage mal, anonyme Daten oder Daten, die entstehen, die nicht Ihnen persönlich zugeordnet werden. Für die Frage, inwiefern ist die DSGVO für Online-Medien oder Social Media relevant, ist die Frage, ist die IP-Adresse, ein persönliches Datum, gehört die IP-Adresse zu diesen persönlichen Daten, eine ganz wesentliche. Erstaunlicherweise, und viele Juristen waren darüber sehr schockiert, sind es immer noch, hat sich der Gesetzgeber dazu entschlossen, IP-Adressen als persönliche Daten zu klassifizieren. Warum ist das fragwürdig? Weil, wie gesagt, niemand eigentlich die Möglichkeit hat, rauszufinden, zu wem gehört diese IP-Adresse. Außer, wie gesagt, das ist zumindest der offizielle Weg. Das bedeutet, es ist nach wie vor so, wenn Sie mit Ihrem Handy oder mit welchem Gerät auch immer meine Webseite aufrufen, oder umgekehrt, dann übertragen Sie dabei Ihre IP-Adresse. Seit der DSGVO darf ich diese IP-Adresse aber nicht mehr speichern. Ich kann das aber nicht abdrehen. Das Internet funktioniert halt mal so, ich möchte die IP-Adresse nicht haben, sondern Ihr Gerät übertragt die IP-Adresse und ich bin dann zumindest verpflichtet, die letzten vier Stellen zu obviusketen, heißt es also, zu löschen, mit dem Ziel, dass man diese IP-Adressen dann nicht mehr einzeln zuordnen kann. Das gilt für die gesamte Nutzung von IP-Adressen quer durchs Internet. Das ist auch die rechtliche Grundlage dafür, und das kennen Sie wahrscheinlich von Ihren eigenen Surf-Erfahrungen oder von Webseiten besuchen, dass viele Webseiten, die die DSGVO korrekt implementieren, die beispielsweise YouTube-Videos oder Instagram-Inhalte oder so etwas Ähnliches von Drittseiten eingebunden haben, dass die die nicht sofort laden, sondern dort noch ein extra Fenster haben, wo sie sagen, ich möchte diesen Inhalt von YouTube laden. Warum? Sie greifen auf meine Webseite zu, und dadurch bekomme ich als Webseitenbetreiber, als der, der den Zugriff auf den Server hat, Ihre IP-Adresse, darf sie nicht speichern. Wenn jetzt da ein YouTube-Video in der Seite eingebaut ist, dann passiert Folgendes, Ihre IP-Adresse wird von meinem Server an YouTube übertragen, in dem Moment, wo der das Video dann nachladet. Das heißt, das ist im Sinne der DSGVO auch eine Datenweitergabe, die eben unzulässig ist. Sie sehen schon, das Ganze wird relativ kompliziert. Und es gibt ein ziemlich legendäres Video vom Rechtsanwalt Christian Solmecke, ein im Online-Bereich sehr aktiver und sehr bekannter Rechtsanwalt, der sich auch viel mit der DSGVO befasst hat. Und wie gesagt, die gilt ja nicht nur für digitale Medien. Ich glaube, ich habe es vorher noch nicht erwähnt, das muss ich noch dazu sagen als Einschränkung. Große, kleine Unternehmen, jede Form der analogen oder digitalen Datenspeicherung, die Ausnahme der DSGVO ist, sie gilt nicht für die Nutzung im privaten Bereich. Das ist natürlich auch die Überlegung wert, was ist denn privat? Wenn Sie eine Homepage betreiben, um dort die Fotos Ihrer letzten Geburtstagsparty, Ihrer Familie zur Verfügung zu stellen, dann ist das ganz klar privat. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das eine Homepage betreibt, dann ist es eine Unternehmensseite. Der Gesetzgeber hat da aber eine relativ niedrige Grenze eingezogen, sobald Sie in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich vom Betrieb Ihrer Webseite oder von Ihren Kommunikationsmaßnahmen profitieren. Und das kann jetzt schon bei Mikro-Influencern so sein, die nur ein paar blöde Kosmetikproben gratis schick kriegen, würde das als wirtschaftliche Nutzung klassifiziert. Also auch hier ein recht umfassender Anwendungsbereich. Und wir sagen ja oft, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht, aber in der Praxis tatsächlich schwierig. Deswegen möchte ich, bevor wir die zentralen Punkte der DSGVO durchgehen, Ihnen noch dieses Video vom lieben Christian Solmecke vorspielen. Immer für aufschlussreiche Videos gut. In dem Fall natürlich sehr, sehr übertrieben dargestellt. Auf der anderen Seite auch beruhigend zu wissen für uns Sozialwissenschaftler, wir haben es ja meistens mit weicheren Korrelationen zu tun. Auch Recht ist nicht in Stein gemeißelt. Es kommt sehr stark auf die Ausgestaltung an. Natürlich wird das nicht so gehandhabt, aber das illustriert ganz gut einige der zentralen Punkte der DSGVO. In unserem Betätigungsfeld auf den Social Media Plattformen äußert sich dieses Recht auf Löschung, Recht auf Datenauskunft ganz pragmatisch so, dass Sie mittlerweile bei jeder Social Media Plattform, Facebook, LinkedIn und so weiter, aufgrund dieser gesetzlichen Verpflichtung in der Lage sein müssen, Ihre persönlichen Daten herunterzuladen. Das heißt, das Datenarchiv, das Sie überall generieren können. Sie müssen jederzeit in der Lage sein, Daten löschen zu lassen. Und da komme ich auch zu einem, es ist eine komplexe Materie, das zu regeln und es ist technisch alles andere als trivial. Eines der Grundprobleme besteht nämlich darin, also ja, wenn Sie an Facebook denken, sagen wir, Sie haben vor einem Jahr ein Foto auf Facebook hochgeladen und aus welchen Gründen auch immer, öffentlich oder nur teilweise für Personen sichtbar, möchten Sie dieses Foto wieder entfernen. Das geht ja technisch ohne weiteres und Facebook ist auch verpflichtet, dieses Foto zu löschen. Dann ist es aber natürlich so, dass diese Plattformen permanent, es ist nicht ein Server, der irgendwo steht, da wird sehr viel synchronisiert über Cloud-Systeme und es gibt Backups und so weiter. Das ist technisch gar nicht möglich. Ihr Foto, die DSGVO würde Facebook dazu aber verpflichten, können das Foto löschen und dann nicht mehr anzeigen. Es ist technisch de facto nicht möglich, das sozusagen bis zum Ursprung zurückzuverfolgen und aus allen Backups zu entfernen. Wäre auch notwendig bei strikter Auslegung. Nichtsdestotrotz, der politische Impetus oder die Absicht bestand natürlich darin, und das war auch, das kann man durchaus ohne Übertreibung sagen, höchste Zeit, der mehr oder weniger den grenzenlosen Möglichkeiten der Konzerne hier mit unseren Daten zu schalten und zu walten, wie es ihnen beliebte, etwas entgegenzusetzen. Da mag man durchaus ein wenig übers Ziel hinausgeschossen sein, aber die Europäische Union wollte hier ganz bewusst eben den Level sehr, sehr hoch ansetzen. Warum man das gemacht hat, können Sie auch, und ich werde Ihnen dann wie üblich natürlich die Links hier reinsetzen. Ein Bekannter von mir, der Wolfi Christl, hat gemeinsam, der beschäftigt sich schon seit über zehn Jahren sehr, sehr intensiv mit Datenschutz, hat auch ein Spiel dazu produziert, das heißt Data-Dealer, kann man sozusagen spielerisch in einer Simulation, vor allem für Schüler und so gedacht, wenn man das Thema nahe bringen möchte, selber rausfinden, wie Datenhandel so funktioniert. Für uns sehr spannend, Networks of Control, ein Buch, das er gemeinsam mit Sarah Spiekerman veröffentlicht hat. Da geht es darum, das ist ein Report der Anwendungsmöglichkeiten oder Datenmissbrauchsmöglichkeiten und auch Dinge, die bereits passieren, aufzeigt. Sehr detaillierte Recherche. Wenn Sie über diese paar Beispiele, das Buch ist kostenlos zum Download verfügbar, über die paar Beispiele heraus, die ich Ihnen vorher genannt habe, mit dem chinesischen Social Scoring System, mit Versicherungsmathematik und so weiter, wenn Sie da noch mehr konkrete Dinge lesen möchten, dann kann ich Ihnen das nur Wärmstens empfehlen. Für die, die vielleicht planen, sich näher mit diesen rechtlichen Themen zu informieren, gibt es ein sehr gutes und recht aktuelles Buch. Das ist vom 18. Februar 2021 online verfügbar bei Springer. Und zwar das Rechtshandbuch Social Media. Das ist eben nach dem Inkrafttreten der DSGVO geschrieben und veröffentlicht worden. Natürlich ist die DSGVO nicht das einzige Gesetzeswerk, das Social Media tangiert, sage ich mal. Wir haben auf der einen Seite unser gesamtes Strafrecht von Wirtschaftsrecht, von übler Nachrede bis hin zur Werbekennzeichnung, es sind viele Rechtsmaterialien. Es gibt Persönlichkeitsschutzrechte, die betreffen die Fotos und so weiter. In diesem Buch geht es um alle diese Themen. Und natürlich spielt da unter anderem auch die DSGVO eine große Rolle. Aber was sind die zentralen Punkte? Warum Willkommen im 18. Jahrhundert? Das habe ich vorher nicht zu Ende geführt. Datensammlungen, wie gesagt, gab es auch schon vor elektronischen Medien. Und wir Österreicher haben uns da besonders hervorgetan. Ein Name kommt sofort in den Kopf. Fürst Metternich. Metternich war ja ein, hatte ein, wir kennen das wahrscheinlich auch aus ihrer Schulzeit, zumindest die österreichischen Kolleginnen. Metternich war besessen von Datensammeln geradezu und hatte ein für die damalige Zeit ziemlich perfektioniertes Spitzelsystem aufgebaut. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil war eben auch, sehr genaue demografische Daten zu erheben. Einerseits auf offiziellen Weg, andererseits über dieses Spitzelsystem. Und das ist nebenbei bemerkt auch einer der Gründe, warum wir, Sie kennen vielleicht Hans Rosling, den schwedischen Professor für öffentliche Gesundheit, der sehr spannende statistische Auswertungen macht. Das ist der Grund, warum diese Daten von der Kindersterblichkeit bis zum Einkommen und so weiter in Österreich am weitesten zurück bis 1870, glaube ich, ziemlich lückenlos verfügbar sind. Wir sind wirklich gut im Datensammeln. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, damals natürlich war Datenschutz kein Thema, aber bereits lang vor diesen digitalen, geschweige den analogen Medien, war natürlich die Absicht von Fürstmetternich, diese Daten zu verwenden, um besser Kontrolle ausüben zu können oder um die im gegebenen Fall eben auch gegen die Personen einzusetzen. Warum ist das Ganze last minute? Weil wir bis zum Inkrafttreten der DSGVO natürlich eine sehr rasante technische Entwicklung erlebt haben. Die politischen Zyklen oder die Gesetzgebungszyklen, die sind ja in vielen Fällen weit langsamer als die technische Weiterentwicklung dieser Plattformen. Das heißt, bis die Politik sich überlegt hat, wie geht man mit Blogs um, spielen Blogs gar keine Rolle mehr. Überspitzt formuliert, die Diskussion um ein stärkeres Datenschutz-Framework innerhalb Europas hat bereits 2012 begonnen und eben vier Jahre später, 2016, wurde dann die erste offizielle Fassung verabschiedet. Wie bereits erwähnt, dauert diese Ratifizierungsphase oder diese Umsetzungsphase nationales Recht bis zu maximal zwei Jahre. Das heißt, am 25. Mai 2018 war hier der Stichtag, an dem die DSGVO in Kraft trat. Daran haben sehr viele Rechtsanwaltskanzleien und auch sehr viele Webprogrammierer hervorragend verdient, weil eine der ganz konkreten Auswirkungen sofort der DSGVO betraf eben bestimmte Änderungen an Homepages. Zum einen diese Cookie-Zustimmung, über die ich vorher gesprochen habe, zum anderen auch die Notwendigkeit, eine Datenschutzerklärung mit den entsprechenden Informationen bereitzustellen, die eben vorher freiwillig waren. Und noch ein paar weitere Dinge, die da eben umgestellt werden mussten. Wie gesagt, die DSGVO ersetzt das bisher geltende Datenschutzrecht und es geht vor allem darum, die Daten bzw. die Rechte auf die persönlichen Daten natürlicher Personen zu schützen. Das Schutzoobjekt dieses Gesetzes sind die einzelnen Bürger und eben nicht die Unternehmen. Die Prinzipien, nach denen die DSGVO gestaltet ist, das sind Transparenz, Erforderlichkeit, Zweckbindung und Datenschwarsamkeit. Was heißt das? Transparenz bedeutet, Sie müssen wissen, und zwar vollumfänglich, wer welche Daten über Sie speichert. Das darf nicht heimlich passieren. Daten dürfen eben nur gespeichert werden, wenn das notwendig ist. Sie dürfen nur für diesen Zweck verwendet werden. Das betrifft natürlich sehr stark die Weitergabe. Und Datenschwarsamkeit, Sie dürfen nicht mehr Daten speichern über jemanden, als für diesen konkreten jeweiligen Zweck notwendig sind. Sehr strenge Regelungen für die Übermittlung von Daten, speziell über Staatsgrenzen hinweg. Ein Thema, das damals auch stark durch die Medien ging, durchaus auch um einen verstärkten Abschreckungseffekt zu erzielen, hat sich die Politik dazu entschlossen, sehr hohe Bußgeldvorschriften hier vorzusehen. Das geht bis zu, bei der Erststrafe ist das natürlich geringer, aber das geht dann bis zu, ich glaube, maximal 2% vom Unternehmensumsatz. Da war immer die Rede von Millionenstrafen. Hat sich in der Praxis dann doch als ein wenig zahnloserer Tiger als erwartet erwiesen. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich in den letzten Jahren auch unseren Fokus, sage ich mal, eher auf einem Virenproblem als auf diversen Datenschutzproblemen. Es geht in jedem Fall um ein Gesamtkonzept. Und die Idee oder ein zentrales Konzept der ganzen DSGVO ist das sogenannte Privacy by Design. Also bereits in der Entwicklung neuer Projekte, neuer Produkte, neuer digitaler Services soll und muss von Anfang an der Aspekt des Datenschutzes mitgedacht werden. Wir bauen ein neues Social Network und überlegen uns dann, wenn das Schlamassel bereits angerichtet ist, wie wir damit umgehen. Ich habe es bereits erwähnt, man hat sich für das Marktortprinzip entschieden. Das heißt, die DSGVO gilt für jeden, der Services und Produkt, der wirtschaftlich tätig ist und sich mit seinem Angebot an Bewohnerinnen der Europäischen Union richtet. Zuständig sind die lokalen Aufsichtsbehörden. Es geht dabei immer um die Datenspeicherung, wie auch in dem Video von Christian Solmecke zu sehen. Der entscheidende Punkt ist dabei nicht, ob Sie Ihre Daten, Ihre Visitenkarten in einem analogen Ordnungssystem ablegen oder ob Sie das Ganze mit digitalen Systeme machen und um die Verarbeitung dieser Daten. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen. Hier haben wir ein klares Spannungsfeld bei dieser IP-Adresse. Das ist nicht so eindeutig. Wie gesagt, Online-Kennung, IP-Adresse und Cookies, wenn zurückverfolgbar, indirekte Informationen und da wird auch nicht unterschieden zwischen beruflichen und privaten Daten. Also quasi jeder darf meinen Jobtitel wissen, aber meine Blutgruppe ist geheim. Nein, das sind alles personenbezogene Daten, die unter dieselbe Kategorie fallen. Private Nutzung ist ausgenommen. Es gibt einige andere. Hier ist, ich finde es auch eine Liste, ich werde Ihnen die Präsentation verlinken, was da alles eigentlich in der Praxis. Drunter fällt unter persönliche Daten und die Verarbeitung bedeutet, jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder Vorgangsreihe erheben, erfassen, Organisation, ordnen, Speicherung, Anpassung und so weiter. Also alles, was man im Wesentlichen mit gespeicherten Daten tun kann, fällt da drunter. Einwilligung ist notwendig auf Webseiten eben nach den unterschiedlichen Kategorien technisch realisiert durch diesen Cookie Bar. Die betreffende Person muss nicht nur einwilligen, dass ihre Daten gespeichert werden, sondern sie muss auch vollumfänglich darüber aufgeklärt werden, wo, wie, wie lange, warum, welche Daten gespeichert werden. Besonders strenge Schutzrechte gelten für Minderjährige bzw. auch für die bereits erwähnten besonders schützenswerten persönlichen Daten, Gesundheitsdaten in Sport-Apps. Da gehört durchaus auch dazu. Stellen Sie sich vor, wenn Sie einen Fitness-Tracker verwenden und die Uhr misst Ihre Herzfrequenz und die neuen können ja auch, glaube ich, den kompletten Cardio-Rhythmus des Tages aufzeichnen und man sieht da Unregelmäßigkeiten und irgendjemand kann dann auch für Fitbit oder Google oder Whatever-Konto zugreifen. Die Versicherung hätte diese Daten. Da können Sie sich vorstellen, dass das durchaus Auswirkungen hätte auf ein potenzielles Angebot für eine Zusatzgesundheitsversicherung. Bei Minderjährigen besonders schutzwürdig und Unternehmen müssen eben nicht nur, weil sonst würde der zweite Teil ja gar keinen Sinn machen, die müssen nicht nur offenlegen, wo, wann und wie lange sie welche Daten speichern, sie müssen auch entsprechende Kontaktdaten bekannt geben, wer dafür zuständig ist, sodass man im konkreten Fall auch einen Ansprechpartner hier hätte. Wenn ein Unternehmen sozusagen rechtlich akzeptabel argumentieren kann, warum es unsere Daten da speichert, selbst dann müssen wir jederzeit das Recht haben, diese Daten abzurufen, zu berichtigen oder zu löschen. Und das, ganz interessant für die von Ihnen, die vielleicht selber einen Weblog betreiben, das hatte auch recht große Auswirkungen auf die Gestaltung von WordPress. Da gab es am Anfang einige Plugins, mittlerweile sind diese Funktionen nativ integriert. Das heißt jetzt tatsächlich in der Praxis, wenn Sie, egal ob unter Ihrem richtigen Namen oder einem Nickname auf irgendeinem Blog, längere Zeit Kommentare schreiben und gerade bei WordPress ist das ein gutes Beispiel, weil man kann das so konfigurieren, dass es nicht notwendig ist, sich zu registrieren. Das heißt, dass man einfach nur einen Kommentar schreiben kann, indem man seine E-Mail-Adresse oder in manchen Fällen auch überhaupt nur einen Nicknamen hinterlässt. Dann schreiben Sie diesen Kommentar und aus welchen Gründen auch immer möchten Sie diesen Kommentar drei Jahre später löschen. Das geht natürlich nicht, wenn Sie kein Login haben, aber auch da muss Ihnen der Blogbetreiber Möglichkeiten bereitstellen, sei es über eine Kontaktadresse, sei es über ein automatisiertes System, genau diesen Kommentar wieder zu entfernen. Wenn der ohne E-Mail-Adresse veröffentlicht wurde, dann wird es allerdings sehr, sehr schwierig mit der Verifikation, ob der Kommentar tatsächlich von Ihnen stimmt. Also Sie sehen schon, in der Praxis ist das alles andere als trivial umzusetzen. Maximale Bußgelddeckhüllung bis zu 20 Millionen Euro bei Unternehmen, 4%, vielleicht hatte 2% im Kopf des Jahresumsatzes, also enorm hoch. In der Praxis aber nicht wahnsinnig relevant. In Österreich war zu dem Zeitpunkt, als die DSGVO in Kraft getreten ist, noch die frühere schwarz-blaue Regierung, die dann durch die Ibiza-Affäre in die Luft gesprengt wurde, in Amt und Würden. Und die haben da sehr kurzfristig etwas gemacht, was es erscheinlicherweise bisher noch keine Klage gegeben hat. Man hat in Österreich sehr viele, grundsätzlich gilt die DSGVO genauso für staatliche Institutionen, man hat in Österreich Künstler, Journalisten und staatliche Behörden sozusagen ausgenommen von der DSGVO. Und sie erspart sich dadurch bisher auch sozusagen wirklich die einzelnen Angebote der Ministerien und Behörden eben da genauer zu überprüfen. Ist auch wahrscheinlich fraglich, inwieweit das überhaupt Sinn macht, wenn sich eine Behörde selbst verklagt. Betroffene haben Informationsrecht, müssen eben jederzeit feststellen können, was über sie gespeichert wird, müssen diese Daten auch löschen lassen können, es sei denn, es stehen anderweitige rechtliche Anforderungen dem entgegen, Stichwort Finanzdaten. Es gibt ein Recht auf Berichtung, also auf Korrektur dieser Daten und Löschung und natürlich ein Recht auf die Datenübertragbarkeit. Das heißt, sie müssen auf ihre eigenen Daten wieder zugreifen können. Auf Social Media Plattformen dann entsprechend realisiert in der Downloadmöglichkeit für das persönliche Datenarchiv. Informationspflichten, das ist der Teil, wo es jetzt um die Datenschutzverordnung geht, wo sie eben darlegen müssen, nicht nur wer Daten speichert, warum, wann und wie lange, sondern eben auch welche externe Services sie benutzen. Wenn Sie sich auf einer Webseite oder auf einem Social Media Plattform, da sind wir sehr, sehr umfangreich mal eine solche Datenschutzerklärung ansehen, muss eben auch erklärt werden, da sind wir wieder bei dem Thema, ist Google Analytics illegal. Wenn Sie solche Services einsetzen, müssen Sie entsprechende Verträge mit denen unterschreiben, Sie müssen darauf achten, dass sie so eingebunden sind, dass die IP-Adressen anonymisiert werden und all das müssen Sie eben auch in Ihrer Datenschutzerklärung darlegen. Was ist das praktische Risiko? In der Praxis ist die Gefahr am allergrößten, dass tendenziell ein Konkurrent Sie sozusagen anklagen könnte. Wie gesagt, beim ersten Mal sind das noch relativ bescheidene Strafen. Im Normalfall gab es da nur Abmahnungen, aber dann muss man eben reagieren als Unternehmen. Ja, Sie können, auch das kommt im Video von Christian Solmecke vor, kann in der Praxis für Schwierigkeiten sorgen. Sie als Anbieter sind sich verpflichtet, dass der Nutzer jederzeit seine personenbezogenen Daten und Fotos und Abbildungen von Personen gehören da genauso dazu, jederzeit wieder löschen lassen können muss, dass er seine Einwilligung zurückzieht. Und was da auch noch dazu kommt, das Recht auf Vergessenwerden betrifft auch Google. Sie wissen, da gab es in der Vergangenheit einige Auseinandersetzungen wegen Suchergebnissen, wo Google sich immer auf die Position gestellt hat, wir sind ja nur eine Suchmaschine, solange die Informationen irgendwo auffindbar sind, indexieren wir sie auch. Auch da hat die DSGVO durchaus für einen strengeren Umsatz gesorgt. Das sogenannte Datenprofiling oder Big Data Analyse auf persönlicher Ebene, wo es eben darum geht und das sind genau dann diese problematischen Social Scoring Anwendungsfälle, Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit und so weiter zu analysieren. Das ist grundsätzlich unzulässig, wenn es automatisiert erfolgt und wenn es eine rechtliche oder ähnliche Wirkung für den Betroffenen entfaltet. Das ist sicherlich auch eine Sache, die im Einzelfall ein Richter dann entscheiden müsste. Es gibt Ausnahmen eben für Vertragsabschlüsse, Einwilligungen und einige Öffnungsklauseln für nationales Recht. Wie gesagt, man wollte ja doch nicht das Abschließen von Verträgen grundsätzlich verunmöglichen. Recht auf Datenübertragbarkeit, das bedeutet, funktioniert in den österreichischen Untersuchungsausschüssen nicht immer so gut. Sie müssen die Daten in einem Format bekommen, Stichwort 20 mal kopierte geschwärzte Akten. Das ist Ihnen auch ermöglicht, diese zu lesen und weiter zu verarbeiten. Das ist in der Praxis in den meisten Fällen ein CSV- oder XML-Format. Und was heißt das? Sie müssen, wenn Sie in irgendeiner Art und Weise Daten speichern, den Betroffenen eine Möglichkeit geben, diese Daten löschen zu lassen. Sie müssen eine Datenschutzerklärung online stellen und Sie müssen auch, wenn es zu einem technischen Versagen kommt, zu einem technischen Problem, zu einem Hack und dabei Daten entwendet werden, wenn das auch unter Anführungszeichen nur die E-Mail-Adresse ist, dann sind Sie als Anbieter auch verpflichtet, alle Betroffenen zeitnahe zu informieren und dann natürlich auch den entstandenen Schaden möglichst wieder gut zu machen. Je nach Unternehmens- bzw. Organisationsgröße sieht die DSGVO zusätzlich auch vor, dass Unternehmen einen explizit zuständigen Datenschutzbeauftragten haben müssen. Das ist keine Fulltime-Stelle, in der Fall bei kleineren Unternehmen, der muss aber auch eine einschlägige Ausbildung absolvieren. Und was ebenfalls dazugehört zu all diesen genannten Dingen, ist eine penible Dokumentationspflicht. Man könnte sagen, zusammenfassend oder als Executive Summary dieser Entwicklungen durch die DSGVO. Zum einen, und das ist etwas, denke ich, das gesamtgesellschaftlich immer sehr strebenswert ist, zum einen hat die DSGVO das grundlegende Problembewusstsein für den Datenschutz durchaus erhöht. Zum anderen hat die EU hier ein Gesetzeswerk geschaffen, das sehr, sehr ehrgeizig ist, aber in vielen Bereichen die Falschen trifft. Wie gesagt, der Waldviertler Tischler, der seine Kundenkartei speichert und Google Analytics benutzt, der ist nicht das tatsächliche Problem mit einem gesellschaftlichen Bedrohungspotenzial. Weil es wäre falsch zu sagen, dass die großen Anbieter von der DSGVO gar nicht betroffen sind. Aber es ist meiner Einschätzung nach, es war ein durchaus mutiger Schritt, mit dem sich die Europäische Union sehr stark positioniert hat. Auf der anderen Seite, und wenn Sie an den Russland-Ukraine-Konflikt denken, stehen wir hier derzeit vor einer relativ ähnlichen Situation, wenn es in weit drastischerem Ausmaß, wenn es um die mögliche Ablehnung oder eben Nicht-Ablehnung von Gas- und Öllüferungen aus Russland geht. Dann ist ja die Frage, die im Hintergrund steht, schaden wir uns damit wirtschaftlich mehr selber? Ist das kontraproduktiv oder müssen wir diese mögliche Inflation in Kauf nehmen, um eben die Ukraine zu unterstützen? Das ist zu einem hohen Grad eine wirtschaftliche Rechnung. Und was bei der DSGVO dahinter steht, ist, die Europäische Union hat die DSGVO verabschiedet und die ist aber tatsächlich im internationalen Vergleich natürlich ein Marktnachteil für europäische Unternehmen. Die können viele Dinge nicht tun, die amerikanische Unternehmen grundsätzlich easy machen können. Deswegen auch dieses Marktort-Prinzip. Aber im Großen und Ganzen ist der Umgang mit dem Datenschutz und dazu denke ich, ist das der, der unser Übergang, der keineswegs abgeschlossen ist, unsere Transition in eine digitale oder zumindest hybride Gesellschaft, Arbeit und damit auch Datenwelt. Alles, wie gesagt, nicht abgeschlossen. Ein nach wie vor voranschreitender Prozess und auch der Umgang mit Daten, da muss noch an vielen Stellen nachgeschärft werden. Das war ein erster Schritt. Ich glaube nicht, dass man das auf Anhieb richtig machen könnte. Zumindest das Prinzip der Transparenz und der Anspruch, das ist ja ganz ähnlich mit den Menschenrechten, die existieren, sind aber bei weitem nicht in allen Demokratien vollständig implementiert. Denken Sie an die Todesstrafe in manchen Bundesstaaten der USA. Natürlich braucht man aber erstmal ein Regelwerk, das sehr weit hoch oben ansetzt, um überhaupt eine Veränderung bewirken zu können. In dieser Hinsicht ist die DSGVO sicherlich positiv. In praktischer Hinsicht hat sie schon manchen Verantwortlichen ganz ordentlich zum Fluchen gebracht. Viel Bürokratie, viel Ehrgeiz, kurz zusammengefasst. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende unserer Einheit über das wahrscheinlich sperrigste Thema, auch hier bei der Prüfung natürlich keine einzelnen Paragrafen oder Details, die ich abfragen werde. Sie sollten aber in Grundzügen die Prinzipien der DSGVO verstehen und worauf diese abzielt. Damit sage ich Dankeschön und werfe nochmal einen Blick in den Kalender, wenn ich es nämlich richtig in den Kopf habe. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche nochmal und dann über Ostern ein Weilchen nicht mehr. Bis zur nächsten Woche, schönen Donnerstag. Wir sehen uns, danke fürs Live-Dabeisein. Aufzeichnung und Zusammenfassung der letzten Woche folgen wie gehabt im Moodle. Ciao.